Unter dem Druck Italiens in der Migrationspolitik macht die EU-Kommission neue Vorschläge für gerettete Bootsflüchtlinge. Brüssel will die Mitgliedsländer bei der Einrichtung von Aufnahmezentren finanziell und personell unterstützen. In den Zentren soll möglichst schnell entschieden werden, ob die Flüchtlinge ein Schutzrecht haben. Für die Aufnahme eines Migranten will die EU dem entsprechenden Land 6.000 Euro zahlen. Bislang hat sich noch kein Staat bereit erklärt, ein Aufnahmezentrum einzurichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017